oh nein verschwindet akzeptieren alle mörder aufspüren ok los geht's wo sind diese mörder vielleicht da oben das sind zu viele auf dem dach vielleicht Mist, Mist, Mist ok von oben sehe ich vielleicht mehr erledigt na da ist der mörder na du entkommst mir nicht verdammter Hund verdammt das war das falsche egal warte oder so schnappt ihn euch er entkommt er mir entkommt er nicht ok und tschüss das war das erste Ziel ok einer von sechs das nächste Ziel ist da drüben ah oh das war knapp ah verdammt hey lass dich nicht erwischen halt die klappe ich suche jemand das was will ich damit beweisen ist er das nein das ist er nicht aber dann kann ich auch mal kurz aua wie mach ich denn das aua ich will auch schießen verdammt nochmal aua ok ich bin ohne aim danke für dein follow und willkommen im stealth team wo ist jetzt dieser verdammte mörder muss er hier irgendwo sein komisch ah da oben ist er das ne ist er auch zack oh nicht einen warte tötet die falschen das gibt's doch einfach nicht du sollst den hier töten ok oh je oh je wollte keine menschen töten ich wollte den töten also keine unschuldigen wollte ich töten menschen wollte ich schon töten aber keine unschuldigen was können wir tun hey ihr seid nicht alleine zeigte ein bisschen respekt bonne note die letzte woche müssen alle laienpriester von nun an einen eimer wasser sowie eine lande mitbringen loll loll so jetzt ich muss ihn suchen ja da ist er nicht ist einer von denen vielleicht ist er wieder oben auf dem Dach das ist er nein okay doch ich hab extra was jawohl das war's okay wenn ich sowieso gerade hier bin kann ich auch noch ganz kurz den Turm erklimmen dann haben wir hier das auch mal freigeschalten hä na jetzt na jetzt hä was was ist der Hölle was ist das denn was muss er da machen reinspringen oder was ja was ist das du bist aus dem raster gefahren wo warst du weiß nicht irgendeine defekte erinnerung vielleicht solltest du aufhören schon gut ich möchte weitermachen klaster 1 klaster 1 ok laden oh nein alle herren sie arbeiten nicht sondern herrschen von oben oh nein oh nein wer ist das ich weiß ja nicht mal wer das ist kann man sich eine information holen oder so nein sie arbeiten nicht und herrschen von oben die arbeiten die arbeiten nicht die arbeiten die arbeitet auch sie auch die arbeiten auch die arbeiten nicht so welche von denen arbeitet jetzt nicht nein die arbeiten doch hä ach so jetzt ist alles weg ok die nicht die nicht die nicht die nicht und die nicht jawohl laden was zur Hölle um sich souverän und seiner Stirn zu entfernen tritt das Volk zwei Schritte vor das Volk ist der Bauer also zwei Schritte mit dem Bauer laden sie werden sich immer mehr unserer Existenz bewusst wir können uns nicht länger auf das göttliche Recht das Aristokraten verlassen laden Quarantänezone Quarantänezone Quarantäne aufgehoben ich schiebe 16 Videodateien hierhin hoffentlich ergeben sie Sinn wenn du sie freischaltest ach das sind wieder so Videodateien ne erster Cluster das bringt so viel ok alles klar dann wieder zurück interessant eigentlich wollte ich da noch eigentlich wollte ich ja da hoch aber auch nicht schlecht ok unten oh nein oh nein bitte nicht bitte nicht er darf mich nicht treffen komm schon schneller schneller ja geschafft Gott sei Dank nice abwärts abwärts ok das Ding hier kaufen wir gleich mal frei dann haben wir die auch kann ich nicht kann ich nicht frei kaufen sehr schön ok der siebte Tunnel freigeschaltet ok und jetzt den nächsten Assassinen erledigen wenn eine Assassine ist dann bin ich das und die Bruderschaft und zwar gucken ob ich den finde ja es geht immer um meine Frau deswegen verhält man sich so wo ist denn dieser Killer verdammt nochmal ich sehe ihn nicht ja da drüben ist es nicht da ist er zwei sogar haha nein dann machen wir so nein verdammt sie kommen mir jetzt ach komm schon los sehr schön assassino 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 pfeilhagel und auf Wiedersehen meine Assassinen haben ihn beseitigt sehr gut und der letzte wird auch von meinen Assassinen beseitigt also muss ich erstmal wieder zu ihm 300 Jahre laufen hab ich ganz rum wieder gerannt hab ich ganz rum wieder gerannt Stelle ja ich bin ja auch hinter dir zack ok was habt ihr dabei eine Kugel sehr schön weiß gar nicht wofür es den Laden gibt man braucht den gar nicht was was ist denn ganz ruhig ich laufe einfach da entlang ok wo ist er da drüben sind ganz viele vielleicht ist er da nein da ist er nicht ist er vielleicht wieder oben ist natürlich durchaus möglich weil hier unten sehe ich ihn nirgends der ist sicherlich wieder oben ok dann ab nach oben ha sehe ich euch das war's so gut sehr schön haltet eure Klappe tschüss ok ok schicken wir ein paar Novizen auf die Reise alles klar wir haben auf jeden Fall hier rekrutiert rekrutiert Assassinsignal ja alles klar wir haben schon acht Assassinen nice richtig gut der hier ist sogar stärker geworden kriegt erstmal eine bessere Rüstung nice ok dann schicken wir jetzt mal ein paar los nach Florenz das ist zu schwer erstmal nach Venedig nein nicht ihn hier er ist schon Level 2 wir machen mal sie genau hä geht das nicht kann ich nicht nur einen schicken doch los alles klar gut das dauert was einen Priester eliminieren ok wir machen das natürlich ausspähen ist am besten einen Priester eliminieren da schicken wir mal noch ein paar mehr also erstmal den erfahrenen und dann natürlich dass es wenigstens Erfolg hat ok auf geht's alles klar das war in Venedig was können wir in Wien machen in Wien ok nur noch er ist da also gut dann macht er das hier alle auf Mission geschickt ok dann muss ich jetzt alleine zurecht kommen bis sie wieder zurück sind keine Assassinen mehr ich bin auf mich gestellt gut dann er will sich noch etwas brechen nein werde ich nicht ja 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 ok so sehr gut dann gehen wir mal kurz zum Schneider ja lass mal sehen was habt ihr achso ich muss achso ich muss ja wieder um oh in rot oh in rot uh ja geil ok ich bisschen in rot rumrennen den Umhang in Gold uh sieht das gut aus ich weiß es nicht sieht schon bestimmt nice aus nein Gegenstände dann adio äh si adio so jetzt muss ich nur ganz kurz wieder ähm Inventar und Rüstung Monturen muss ich wieder die normale Montur nehmen natürlich ganz normal ja damit wir diese Farbe haben im Blau ich weiß ich wollte aufhören aber irgendwie macht es gerade wieder Bock ok wo sind wir denn mhm wir könnten jetzt eine Schnellreise machen nee können wir gar nicht wir müssen reiten oder laufen oder beides ok wo ist Plötze Plötze hier 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 du dummes Pferd hier bin ich ok danke dann reiten wir jetzt und machen die Hauptmission oh Gott oh Gott das war knapp auf geht's aus dem Weg 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 ich muss weiter mach schon mach schon mach schon hoppala Entschuldigung hey hey zack ich wollte ihn eigentlich rammen und nicht töten ah Mist nein kann's doch nicht zack aus dem Weg ok jetzt werde ich auf jeden Fall nicht mehr so gut gesucht aber jetzt muss ich ihn erstmal loswerden hier vielleicht an den Heuhau und dann baue ich mein Pferd wieder bravo da ist der schon Plötze ok andiamo gehen wir was macht der der schreit voll na Vorsicht von hier komme ich nicht runter wie bist du mit deinem Pferd da hochgekommen komm gar nicht runter toll also gut hoppla nein hab ich nicht Arztpraxis auch gekauft schön Pflege für alle Pflege für alle so da drüben ist schon wieder ein ein Augenzeuge den ich beseitigen kann und tschüss du hast nichts mehr gesehen so was machst du ok abwärts ok Kopernikus schon wieder oh nein echt jetzt Kopernikus sind wir jetzt fertig ich